Bezahlbares Wohnen, bezahlbare Mieten, das ist zweifellos eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. In den meisten Städten sind die Mieten in den letzten Jahren dramatisch angestiegen, in fünf Jahren manchmal 20, 30, sogar 50 Prozent. Menschen mit geringem Einkommen finden keine Wohnung mehr in der Innenstadt, werden an den Stadtrand verdrängt. Das alles ist das Ergebnis von Finanzspekulation, aber auch das Ergebnis von politischem Versagen. Denn der Niedergang des sozialen Wohnungsbaus hält an, die massive Privatisierungswerte der letzten 20 Jahre ist noch immer nicht ganz gestoppt, die Wohngemeinnützigkeit wurde abgeschafft und die Mietpreisbremse der Bundesregierung funktioniert nicht. Deswegen fordern wir als Linke einen Neustart im sozialen gemeinnützigen Wohnungsbau. Eine Million Sozialwohnungen sollen in vier Jahren entstehen. Wir wollen Mieten endlich wirkungsvoll deckeln und wir wollen Spekulation und Luxusmodernisierung eindämmen. Und deswegen starten wir im Rahmen unserer Aktion Das muss drin sein. Eine Aktionswache mit dem Motto Miethaie zu Fischstäbchen. Wir sind damit in sieben großen deutschen Städten unterwegs und wir möchten euch und Sie ganz herzlich einladen mitzumachen, denn bezahlbares Wohnen geht uns alle an.